Ein wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Da sind wir zurück. Da sind wir zurück bei League of Legends. Mit einer Morgana auf der Hotlane. Und wir werden jetzt ein bisschen Ezreal spielen. Im Grund der Schlacht. Jetzt wird's aber Zeit. Hm. Ich kann das auch. Aha. Gotcha. Ja. Ich merke schon. Ja, das ist auf jeden Fall Master of the Crew. Master of the Crew. Aha. Oh Gott, ich bin wieder der Last Hit Meister hier. Ja. Ja. Ja, das ist eher sehr schön. Ja. 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 Was ist der ganze Lass-Til? Das war's für heute. 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 Ach, ich hasse es. Okay. 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 What the fuck? Man, 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 ey, das war wieder bad, das war einfach nur sad und ugly und alles. Hier steht zwei. Oh, Gott. Du kannst dir jetzt erst mal knicken, die hat einfach jetzt erst mal gerade den übelsten Damage strike. Ich habe jetzt den Flash rausgeholt, aber das wird uns halt nicht viel bringen. Oh, Gott. Boah, ich hasse es. Okay. 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 Cool. Okay. Okay. Schau da los. Das war's für heute. Loll, na komm. So ein Lacker, ey. Red und Blue Barf, der hat den Rengar gekillt, ne? Oh, ja, komm. Oh, ja. 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 Oh, ja.